Geburtsreflex, Geburtsreflex, ich war perplex, dass Geburt auch so geil sein kann. Genau, willkommen zum Teil 2 dieses Videos. Nachdem ich kurz den Tischtennisball suchen durfte, den ich verwendet habe, um den Kopf zu simulieren. Ich mache jetzt quasi noch eine zweite Geburt mit einem frischen Luftballon. Das ist wieder die, dass man die Geburt, oder nee, erstmal die Befruchtung hat. Also hier oben gut aufdehnen, vielleicht hilft das, wenn ihr das nachmachen wollt, gerne mit einer Person, die hier dann das reinmacht. Das macht man ja normalerweise sonst auch so, mit zwei Personen, am besten mit dem Partner zusammen. Das ist eine total lustige Übung, die man machen kann. Und ich empfehle auch immer, den Ballon nicht so stark aufzupusten. Also es reicht hier, dass der hier so halb aufgepustet ist. Das braucht nicht groß sein, weil sonst wird es schwierig, den Kopf hier unten rauszupusten. Ich habe es öfter mal schon gemacht und einige Vorführeffekte schon erleben dürfen. Und dementsprechend kurzer Tipp, dass das halt nicht so doll aufgepustet wird. Und es ist auch besonders wichtig halt, nicht hier an der Seite zu drücken, weil sonst passiert hier nie viel. Sondern es ist wichtig, dass wirklich hier oben gedrückt wird und das Kind sich hier nach unten bewegend dauert. So, wenn es jetzt dazu kommt, dass die Geburt gestört wird, dann heißt es, dass da ganz viel im Körper passiert. Also normalerweise das, was diese Kraft hier ausübt, kann man so sagen, ist unser sympathisches Nervensystem. Also wir haben ein autonomes Nervensystem, was in uns drin ist, was bestimmte Prozesse steuert. Zum Beispiel, kannst du dich ja mal fragen, ob du mal aktiv darüber nachgedacht hast, deine Verdauung zu bedienen. Das macht dein autonomes Nervensystem für dich. Und das macht es umso besser, wenn es entsprechend nicht gestört wird und sich ruhig fühlen kann. Also wir haben das ja selber schon mal erlebt. Wir müssen unbedingt aufs Klo und hier ist einfach nicht der richtige Ort dafür. Wir müssen es anhalten und es fängt dann auch an zu schmerzen. Und bis wir dann endlich zu Hause ankommen, auf dem häuslichen Klo uns dann niederlassen können und dann uns öffnen können. Und das, was da passiert, kann sehr, sehr gut mit einer Geburt verglichen werden. Weil eigentlich benötigen wir genau die gleiche Intims- und Privatsphäre bei der Öffnung während der Geburt, wenn wir gebären. Wie wenn wir unser großes Geschäft machen wollen. Und könnt ihr euch ja mal überlegen, ob das heutzutage ein Ort ist, dort, wo ihr theoretischerweise euch ausgesucht habt zu gebären. Auf dem, wo ihr quasi gerne inmitten der Menschen, die dort sind, kacken wollt. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt da, da ist ein Klo mitten im Kreißsaal, mitten in der Mitte. Und ihr solltet euch jetzt da draufsetzen und jetzt kacken. Und es kann sein, dass wenn es besonders dringend ist, dass ihr alles andere ausblendet und sagt, es ist nie egal, ob jetzt hier 10 Leute zugucken. Oder es kann halt dazu führen, dass ihr immense Schmerzen erleidet, weil ihr das irgendwie nicht hinkriegt. Oder euer Körper, vor allen Dingen euer Körper das nicht schafft, in dem Moment das loszulassen und geschehen zu lassen. Und genau das ist halt das größte Problem, was wir aktuell haben in der Geburtshilfe und in unserer Geburtskultur im Allgemeinen. Und eigentlich auch der Grund, warum ich hier stehe. Weil wir vergessen haben, dass es unglaublich viele intensive Eingriffe gibt, massive Eingriffe gibt in den Gebärprozess. Die schon beginnen, bevor uns das wirklich bewusst ist. Weil jetzt passiert in der Eröffnungsweise genau das, genau das, genau das. Und es geht super voran und die Frau fühlt sich super und denkt sich, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt glaube ich, jetzt kann ich ins Geburtshaus fahren, jetzt kann ich in die Klinik fahren. Denn jetzt ist es soweit, dass das Kind bald kommen wird. Und um vermeintlichen Risiken entgegenzuwirken, begibt sie sich jetzt weg von dem Geburtsort, an dem die Geburt selbst tätig gestartet hat, an einen anderen Ort. Und schon, dass die Gebärmutter an einen anderen Ort muss. Es ist ein enormer Eingriff in die Geburt. Und ich möchte das nochmal ganz, ganz, ganz klar sagen. Diese Entscheidung, sich selbst zu verlegen während der Geburt, ist einer der enormsten und unterschätzten Eingriffe, die wir überhaupt heutzutage haben während der Geburt. Weil das bedeutet, dass die Aufmerksamkeit von diesem unwillkürlichen Prozess, der hier passiert, weggelenkt wird, hier oben rein. Normalerweise ist während der Geburt hier oben unser lieber Neokortex, unser wundervoller Verstand, den wir als Menschen für so unglaublich toll halten, das größte Problem während der Geburt. Und ihr könnt quasi euch das so vorstellen, dass die, dass wie so Mitarbeiter normalerweise in dem, also wir haben hier auch das limbische System, das normalerweise die Hormone produziert, die das hier alles ermöglichen. Weil das ist alles ein biochemischer Prozess. Diese Kontraktionen sind deswegen möglich, weil da bestimmte Hormone zusammenarbeiten. Nämlich Oxytocin und Adrenalin vornehmlich, es gibt noch viele weitere, zum Beispiel die halt hier unten überhaupt den Muttermund erstmal weich genug machen und so weiter. Und diese Hormone sorgen für eben diese Wellen, dass einmal der Sympathikus, es passiert was, es ist Action, und der Parasympathikus, es ist eine Ausruffase. Sich abwechseln miteinander. Und das ist quasi Adrenalin, Oxytocin, Adrenalin, Oxytocin und das ist ein gemeinsames Spiel miteinander. Und im natürlichen Prozess ist es so, dass quasi das sich leicht aufbaut alles und quasi das immer stärker wird und dass es auch nicht gestört ist durch andere Prozesse. Und beim Geburtsreflex habe ich vorhin noch nicht erwähnt, was ich jetzt natürlich noch nachholen möchte. Beim Geburtsreflex ist es so, dass ein riesiger, also vorher ist das Adrenalin-Level sehr, 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 sehr niedrig. Und dann pusht das Adrenalin-Level so hoch und dann springt es wie auf so eine Wippe drauf, bam, und dann haut es das Oxytocin auch so unglaublich hoch. Und das steigt dann wieder runter und das sorgt dafür, dass dann so starke Kontraktionen in diesem Ballon passieren, wie wir vorhin gesehen haben, die von selbst das Kind rauskatapultieren. Und jetzt ist es so, dass wenn diese Welle oder dieses Level aus Adrenalin vorher schon gestört wird, vorher gestört wird, und das immer wieder hoch pusht, pusht, dann hat das hier hinten nicht genug Kraft. Also ich vergleiche das, das ist ein Vergleich, das ist eine Metapher. Auf jeden Fall ist es so, dass dann das Adrenalin nur noch so halb hochkommt. Und dann kommt auch nur das Oxytocin nur so halb hoch. Und dann sind die Wellen nicht stark genug. Dann sind die Wellen nur so schwach. Und dann kriegen die vielleicht das Kind bisher runter an den Muttermund. Aber dann schaffen die es nicht, das Kind da hinaus zu pushten. Weil die einfach vorher wie die Kraft vergeudet haben für Events, also diese Störe-Events. Und das ist immer dann der Fall. Adrenalin wird immer dann ausgeschüttet, wenn zum Beispiel der Orientierungsreflex bei dem Menschen ausgelöst wird. Das ist immer dann, wenn wir zum Beispiel dieses laute Knallen, dann schaut ihr so, was ist gerade passiert. Kurzer Schock. Und dann so, wo kam das her? Ah, da kam das her. Und dieser ganze Prozess, der sorgt dafür, dass die Mitarbeiter, die gerade eigentlich in der Hormonproduktionshalle sind und diese wundervollen Hormone produzieren, anhalten und quasi hier hochrennen und erstmal rausschauen müssen. Ist hier irgendwas? Was ist denn hier los? Ist das gefährlich für mich? Muss ich jetzt die Geburt unterbrechen? Ist da irgendwie eine Gefahr für mich, mein Kind? Das ist ja nichts, was wir aktiv unterbinden können, sondern es macht eben unser autonomes Nervensystem für uns und unseren Körper. Das schützt uns die ganze Zeit. Und je häufiger dieser Orientierungsreflex aktiviert wird und je gefährlicher da eine Situation eingeschätzt wird, nämlich ich gehe von dem Gebärort, den ich als Körper festgelegt habe, weg und nehme einen neuen Gebärort ein. Das ist ein krasses Signal an den Körper, wie, könnte es sein, dass dieser Geburtsort jetzt vielleicht doch nie so sicher war? Warum sollte sie sich sonst wegbewegen? Fahren wir mal lieber alle Hormone runter und dann ist es einfach nur noch... Stopp. Und dann haben wir auf einmal die Venenpause. Wir kommen im Geburtshaus an, wir kommen in der Klinik an und da ist die Venenpause. Und was üblicherweise gemacht wird, ah ja, Mensch, gut, dass sie da sind, komm, wir schließen sie an irgendwelche künstlichen Venenhormone an. Und das ist das Schlimmste, finde ich, was man machen kann. Da wäre ich richtig, ich sehe das richtig in meinem Gesicht, dass ich richtig aggressiv werde, wenn ich das so sehe, weil was eigentlich die Frau brauchen würde und vor allen Dingen ihr Körper und ihr Gehirn brauchen würden, wäre eine stimulationsfreie Umgebung, eine störungsfreie Umgebung. Ein Ort, wo die Frau direkt genommen wird und dann wird sie in ein Zimmer geführt, was dunkel ist, was ruhig ist, was warm ist, wo vielleicht eine Hebamme in der Ecke sitzt und einfach nur zuhört und sie aber auch nicht beobachtet und nervt, aber die Frau halt Kontakt aufnehmen könnte, wenn sie denn wollte und dann sich dieser Prozess in Ruhe wieder aufnehmen kann und dann hier weitermacht an der Stelle. Und es gibt einfach unglaublich viele Störungen, das beschreibe ich eher in anderen Videos nochmal, aber diese erste Störung des Ortswechsels ist halt extrem. Ich möchte nochmal ganz kurz das Thema nennen, dass dazu schon Studien durchgeführt wurden, vor allen Dingen an nichtmenschlichen Säugern, nämlich Mäusen. Bereits in den 60er Jahren, 1960er Jahre wurden da schon Studien dazu gemacht, dass eine Geburt länger, schmerzhafter und gefährlicher wird, wenn dieses Säugetier, was wir ja auch sind, unter der Geburt verlegt wird. Und das wird nochmal verstärkt, wenn der Ort vorher ein vom Körper sicher eingeschätzter Ort ist, ein vertrauter Ort ist und es einen unsicheren, unbekannten, fremden Ort, der vielleicht auch noch komisch riecht und mit Assoziationen verknüpft ist, die Ehrkrankheit und so weiter bedeuten. Und wenn vorher keine Beobachtung stattgefunden hat und sich die Person da quasi zu Hause völlig wohl fühlen konnte und auslassen konnte, versus es wird ein Ort, es ist ein Ort, an dem Beobachtung, Kontrolle, Messgeräte angebracht werden an der Gebärenden und sie quasi dann überwacht wird. Also all diese drei Faktoren führen dazu, dass eben die Geburt gefährlicher, schmerzhafter und länger dauert. Und dann ist nicht mehr verwunderlich, wenn die Frauen dann, also im Krankenhaus ist es meistens so, dass die Frauen eben nicht diesen natürlichen Prozess überlassen werden, dass sich das wieder selbst einschwingen kann und dann kann es sein, dass verschiedenerlei Interventionen passieren. Das eine ist, geburtsstimulierende Mittel zu verabreichen. Das bedeutet, dass dann hier es so richtig losgeht und die Frauen richtig krass Schmerzen bekommen, weil das hier unten, also es muss einfach unglaublich sein, so einen Wehensturm ausgelöst durch künstliche Hormone erleben zu müssen. Ihr merkt es doch schon, dass es geht hier richtig ab. Und es, also unten und oben, es koordiniert alles gar nicht mehr zusammen, sondern es führt automatisch zu Verkrampfungen. Kann dazu führen, das ist nicht bei allen Frauen der Fall gewesen, von den Berichten, die ich bisher gehört habe. Oder es, meistens führt es dazu, dass diese krassen Wehen einfach nicht lange ausgehalten werden, dass dann die Frauen in dem Moment nach einer PDA verlangen und dann passiert wieder gar nichts. Dann führt es wieder dazu, dass die Wehen so anhalten und dass hier nichts passiert. Man natürlich auch keine Schmerzen hat, aber es geht auch nicht voran. Und dementsprechend ist es dann so, je nachdem, wie weit das Kind hier unten dann schon gekommen ist, wird dann hier zum Beispiel die Saugglocke angesetzt und an dem Kind quasi hier an dem Kopf die Saugglocke angesetzt und versucht, das Kind rauszuziehen und hier oben parallel zu drücken. Das ist der Christella-Handgriff, der angewendet wird, hier quasi oben auf den Bauch drauf zu drücken, um das Kind heraus zu befördern. Das gibt auch einige Geburtshilfe, die man falsch anwenden, die zum Beispiel mit dem Ellenbogen da so drauf drücken. Es muss schmerzhaft sein ohne Ende. Wenn ich da schon alleine drüber nachdenke, kommt mir das kalte Krausen, dass das angewendet wird. Und es gibt natürlich auch noch andere Wege, das Kind rauszuholen, nämlich zum Beispiel hier mit der Zange anzusetzen und mit der Zange versuchen, das Kind rauszuoperieren. Also es sind diese vaginaloperativen Geburten, die stattfinden, ist auch nicht so selten. Also ich glaube so 5% im Rahmen, 5% sind sowohl Zange als auch Sauglocke. Das könnte man sich nochmal ein bisschen genauer dazu recherchieren. Kaiserschnittgeburten, wenn das dann halt eben nicht weitergeht, wenn die Wehen unterbrochen sind, wenn die Frauen nicht mehr können, wenn das Kind schon noch relativ weit oben sitzt, bevor das überhaupt in diesen Prozess reingehen konnte, wird dann halt vorgeschlagen, lieber einen Schnitt zu machen. Und dann sind es über 30% der Frauen, die hier das Kind durch den Bauch gebären müssen. Die wenigsten davon sind Wunschkaiserschnitte, also unter 2%, muss ich mich auch nochmal genauer recherchieren, die das wirklich von vornherein wollten. Ganz viele Frauen wollen unbedingt eine natürliche Geburt. Und ich finde an der Stelle zu sagen, Frauen, ihr solltet euch nicht nur mit einer natürlichen Geburt zufrieden geben und euch auf eine natürliche Geburt vorbereiten, sondern auf eine physiologische Geburt. Eine physiologische Geburt beinhaltet eben auch diesen Geburtsreflex, dass ihr euch eben auf eine störungsfreie Geburt einstimmt. Und genau, angeleitetes Pressen hätte ich fast vergessen. Mensch, das ist meistens der Punkt, an dem versucht wird, diese Bauchmuskeln der Frau, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, und das Zwerchfell gemeinsam in Aktion zu bringen, dass sie hier zusätzlich oben auch noch drücken. Das Schwierige ist, das weiß doch die Frau meistens in den Situationen nicht. Die seltensten, selten sind die Frauen in Geburtsvorbereitungskursen so vorbereitet wurden auf das Pressen, dass sie wissen, welche Muskeln wie anzuspannen sind, welche vor allen Dingen auch locker zu lassen sind parallel. Ich spüre gerade meinen Beckenboden, wie der quasi sich richtig weitet, wenn ich daran denke. Dass ich quasi auch weiß, hier oben gilt es fest, so fest wie möglich zu werden. Hier oben beim Zwerchfell gilt es so fest wie möglich zu werden, den Atem zu nutzen, den quasi richtig tief reinzubringen und dann hier oben eben auch tatsächlich zu pressen und unten zu öffnen. Und das ist eigentlich der erste Move, der gemacht wird, also die erste Intervention, die gemacht wird, um halt tatsächlich das Kind von selbst auch noch aus dem Körper zu bekommen. Und dann wird eben auch nachgeholfen durch den Christellerangriff und es wird eben von unten entweder die Zange oder die Sauglocke angesetzt. Genau, und die Konsequenz ist, dass das hier rausgeplost werden muss. Ich kann nochmal versuchen, jetzt quasi von außen, von außen die Hilfe. Ich kann nochmal mein Gesicht mit dazu nehmen, dass ihr von außen wie drauf drückt. Und damit sieht man, dass es auch möglich ist, eine Geburt vaginal zu beenden. Ich frage euch, ob wir das weiter so als Gesellschaft so wollen. Also ich finde es scheiße. Ich finde es total zum Kotzen und ich werde richtig aggressiv, wenn ich das so sehe. Da kommt auch extrem viel Traurigkeit hoch. Traurigkeit für die Frauen, die Gewalt unter der Geburt erleben müssen. Diese Art von Gewalt, dass ganz viele Frauen, die eben dieses Drücken auf den Bauch als sehr gewaltvoll empfinden und als sehr schmerzhaft. Und häufig auch während dann eben hier die Sauglocke angesetzt wurde und die Zange und so weiter. Und das durch das Drücken von oben, dann wird halt eben das nicht natürlich geweitet, sondern kann halt dazu führen, dass hier entweder parallel auch noch geschnitten wird. Dampfschnitt. Oder eben, dass es parallel reißt. Dadurch, dass eben dieser Druck so extrem aufgebaut wird. Und der nichts mit dem natürlichen Druck zu tun hat. Und dann, wenn man dann auch noch bedenkt, dass die Frauen häufig in diesen Situationen, damit der Geburtshelfer die jeweiligen Instrumente verwenden kann, in der denkbar ungünstigsten Position sitzt, nämlich in dieser Liegeposition, wo die Gebärmutter nach oben muss, wo die Frauen gegen die Schwerkraft anschieben müssen, dann ist es halt klar, dass das alles nie so funktioniert, wie die Mutter Natur sich das eigentlich vorgestellt hat. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, da anders vorzugehen. Also zum Beispiel in so einer späten Phase, wo es schon schwierig ist, dann sollte es noch viel wichtiger sein, die Gebärende in eine aufrechte Geburtsposition zu bringen, was häufig dazu in der Vergangenheit geführt hat, dass die Geburt vaginal stattfinden konnte, ohne dass von außen gedrückt werden musste. Also eine aufrechte Geburtsposition einnehmen und ansonsten kann ich einfach nur alle Frauen dazu ermuntern und einladen, sich mit dem Geburtsreflex auseinanderzusetzen, alles Mögliche an Wissen sich anzueignen, zudem im Fachjargon genannten Fötus-Ausscheide-Reflex oder Fötus-Auswurf-Reflex. Im Englischen gibt es da um einiges mehr Literatur dazu, auch online. Der Begriff heißt da Fetal Ejection Reflex. Ihr merkt, warum ich das in Geburtsreflex umgetauft habe, weil der Name ist einfach, sorry, aber ja, ich will unbedingt ein Fötus-Ausscheid-Reflex erleben. Nee, eher nicht so. Meistens führt das eher dazu, dass man denkt, nee, sowas will ich nicht haben. Geburtsreflex, ich denke, das klingt ganz gut. Das ist ja auch das. Und das Spannende ist, dass wir eben nicht nur diesen Geburtsreflex haben, sondern dass es eher eine Kette an Reflexen ist und dass die nicht nur bei der Mutter auftritt, sondern dass sie eigentlich auch beim Kind auftritt. Also wir haben jetzt quasi das Kind als statischen Kopf, als statischen Tischtennisball angenommen. Aber bei der Geburt passiert ja noch so viel mehr. Also bei der Geburt ist ja nicht nur der Kopf, der da sich durch das Becken bewegt, sondern tatsächlich das Kind macht ja extrem viel mit. Das ist eine Teamleistung, diese Geburt. Das heißt, es schiebt sich mit seinen Füßen von der Gebärmutterwand ab und drückt sich auch von selbst noch mit raus. Und es passieren ganz viele Reflexe. Also zum Beispiel, wenn das Kind sich so zur Seite dreht, dann führt es dazu, dass bestimmte Bewegungen mit dem Arm gemacht werden, dass eben das Kind auch von selbst rauskommen kann aus dem Körper. Und außerdem haben wir jetzt nur betrachtet, wie eben diese Gebärmutter und der Kopf rausgehen und dann hier drumherum ist ja aber noch die Vagina. Der Muttermund reicht ja in die Vagina hinein und dann passiert halt hier diese Öffnung der Vagina. Also wir haben jetzt hier den Kanal passiert, den Muttermund, der ist passiert und jetzt kommt ja aber noch der Ring of Fire. Also hier die maximale Weitung der Vagina, das kommt ja dann auch noch. Und da gibt es auch Momente, wo es wichtig ist, an den Stellen locker zu lassen. Und da gibt es auch ganz viele tolle Möglichkeiten, da an der Stelle zu üben. Da die richtigen Muskeln so locker zu lassen, das nehme ich auch, wenn mir quasi das Kind rausgeschossen kommt, was ja nie so krass ist, zum Glück. Ist ja nur eine Metapher. Aber ja gut, fühlt sich manchmal, bei mir hat es sich ähnlich angefühlt, also zumindest so kraftvoll, wie der Kopf das quasi das Kind von selbst auswirft. Und dass ich eben hier unten locker lassen konnte, hat mir sehr geholfen, eben diese letzte Phase der Geburt schnell zu übergehen. Das aber, wie man da was tun kann, in einem anderen Video. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Ich möchte noch kurz auflösen, meine Fragen vom Anfang. Die Frage von wegen, wie ist das mit dem Muttermund, weitet der sich jede Stunde ein Zentimeter. Ich hoffe, das ist irgendwie klar geworden. Ihr könnt auch nochmal das Video zurückspulen, um dort zu sehen, dass quasi dieser Gebärmutterhals sehr lang ist und das quasi am Anfang der Geburt, in der Öffnungsphase, man nennt es beim Geburtsreflex auch die Erektionsphase, ganz allmählich hier, dass erst geweitet wird und dann beginnt quasi teilweise sogar plötzlich, sich der Muttermund zu öffnen und zu weiten. Und es kann innerhalb von 20 Minuten der Muttermund so, also von kaum geöffnet zu voll geöffnet passieren. So viel erstmal dazu. Und dementsprechend ist das ein Mythos. Und ich hoffe, euch hat das gezeigt, warum das ein Mythos ist. Guckt es euch gerne nochmal an. Und das zweite Thema war das Thema Frau fällt ins Koma, ist schwanger und fällt ins Koma und gebärt dann ihr Kind. Auf welche Weise? Die meisten würden sich dann wahrscheinlich denken, es wird per Kaiserschnitt geholt und es ist auch im häufigsten Fall so, dass viele Ärzte dem Gebärprozess nicht vertrauen und tatsächlich diese Kinder, die von Koma-Patientinnen geboren wurden, per Kaiserschnitt holen. Aber es gibt tatsächlich zwei Fälle, in denen dieser Geburtsreflex tatsächlich passiert ist. Und das zeigt nochmal, wie krass der Körper ohne unseren Verstand und wie viel besser er eigentlich auch ohne unseren Verstand gebären könnte, wenn wir ihn den lassen würden. Nämlich, das eine war eine Frau, die in einem Krankenhaus lag und durch ihr lautes Stöhnen einen Pfleger herbeirief, der merkte, die Frau ist in den Wehen, die ist schon so weit, dass das Kind quasi schon gleich kommt und hat er quasi nur noch beim Auffangen geholfen. Und das zeigt auch, wie unwillkürlich die Laute sind, die wir Frauen machen, während wir gebären. Die Frau war im Koma. Also sie hatte kein Bewusstsein, aber ihr Mund hat Laute getönt, so Aaaaaaah, Aaaaaaah, Ooooooh, ja sowas. Unwillkürlich. Das ist echt abgefahren, davon zu wissen, finde ich. Und das zweite Mal, dass so eine Geburt passiert ist, war eine Frau, die einen epileptischen Anfall hatte, Zwillinge in ihrem Bauch hatte und der Mann kommt nach Hause, öffnet die Tür und sieht seine Frau auf dem Boden liegen und daneben die beiden Zwillinge geboren. also die Frau war ohnmächtig durch den epileptischen Anfall und der Körper hat von selbst beide Kinder geboren. Und erst im Nachhinein ist quasi die Frau verlegt worden und die Kinder versorgt worden und es ist quasi alles in Ordnung gewesen mit denen. und es zeigt diesen krassen Reflex, den wir in uns drin haben, der automatisch unsere Kinder gebären, also die Gebärmutter und deswegen habt ihr jetzt quasi eigentlich auch nur Gebärmutter und Kind, Kindskopf gesehen. Die Frau braucht es an sich nicht. Wir brauchen nichts machen. Wir brauchen tatsächlich uns dem hingeben. Das ist das Wichtigste, was wir glaube ich lernen können für die Geburt, für die Geburtsvorbereitung, dass wir uns dem öffnen, dass wir uns maximal öffnen, maximal dem hingeben und diesen Reflex nicht versuchen zu unterdrücken oder zu abzuschwächen oder zu stören, sondern einfach dem hinzugeben. Und dann werden wir sicherlich einige schönere, geilere Geburten, würdevollere Geburten, friedlichere Geburten erleben können. Und das wünsche ich jeder Frau auf dieser Welt und damit schließe ich heute dieses Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis später. Tschüss. Eure Luise von Geburtsreflex.de